Hallo Florian. Moin. Gipfelaufstieg oder Tag am See? Gipfelaufstieg, richtig gute Aussicht, meistens gutes Essen und meistens auch mit Bayern verbunden. Da bin ich richtig gerne. Wie willst du Deutschland zum Aufstiegsland machen? Es braucht jetzt ein Aufstiegsland, denn egal ob aus dem Sauerland oder aus Gesamtdeutschland, wir wollen als junge Generation wissen, dass wir alles erreichen können, gerade weil wir hierher kommen. Deshalb braucht es nachhaltige Mobilität, bezahlbares Bauen, bezahlbares Wohnen, damit wir auch eine echte Zukunft in diesem Land haben. Warum ist es Zeit für junge Köpfe und warum willst du im Bundestag dabei sein? Es braucht mehr Generationengerechtigkeit in Deutschland, mehr Generationengerechtigkeit, junge Köpfe im Bundestag. Wir sind eine coole Truppe. Ich bin fest davon überzeugt, wir werden das rocken und deshalb geht es für uns aufwärts. Na dann viel Erfolg. Danke. 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 Danke.